So, jetzt ist es gleich so weit. Wir behalten uns gerade auf die Registrierung vor. Hier ist die Kamera, ich werde gleich Damian noch verkabeln und dann kommen die Leute hier rein und das ist einfach absolut genial. Gleich kommt die Energie richtig, richtig hoch und ich hab richtig Bock. Freitagabend auf dem Level Up Your Life, die Registrierung ist jetzt gleich und es war gerade mit Gerard! Ich hab Fotos gemacht von Damian, die geht nicht in Ordnung, ich hab hier ganz schöne Teilhörungen hier und ey, ich weiß gar nicht, was hier gerade abgeht. Aber ich hab hier noch Fotos gemacht. Tag der Registrierung, keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Die Farne geht jetzt hier schon ab. Oder was sagst du, Jomas? Was? Siehst du auch so, die Farne geht hier jetzt schon ab. Das ist der Hammer. Da ist so eine geile Stimmung schon. Jetzt auf Fotos und immer. Es ist so schön hier zu sein. Yeah, die letzten Proben laufen. Krass. Einen Applaus, Damian Richter! Ok, warte, nochmal ganz kurz, äh nur zu dem Vorhabenhof. Bitte. Wir galt nochmal kurz an. 3-2-1-2-0 Also dann ist der heutige Tag vorbei, ich liege jetzt am Bett, mein Wecker klingelt in viereinhalb Stunden, dann ist es Samstagmorgen, die letzten Teilnehmer kommen zur Registrierung und dann werden die Tore geöffnet, die Teilnehmer strömen rein, es wird eine unglaubliche Energie herrschen. Und das nächste Level Up Your Life, für mich das dritte Level Up Your Life, wird eröffnet. Ich kann das noch gar nicht so richtig glauben. Heute war ein sehr gemixter Tag, es war wie eine Achterbahn für mich. Ich habe morgens aufgewacht, habe mich mega geil gefühlt, es hat mega Bock gemacht, die ganzen Leute wieder zu sehen, sich kurz mit denen auszutauschen. Und da zwischendrin gab es eine Phase von mir von extremer Lustlosigkeit. Und ich war frustriert, weil ich so lustlos war. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hey, du bist ja auf dem Level Up Your Life, wie kannst du gerade so lustlos sein? So voller wenig Energie sein. Und wenig Energie unterwegs sein. Und dann haben wir gerade die Bandprobe, unsere letzten entscheidenden Proben, so mega geil. Es wird super herausfordernd morgen, aber es hat einfach so Spaß, hat mir wieder so viel Energie gegeben. Und dann habe ich gerade auch mal kurz mit Joyce telefoniert. Und immer wenn ich mit ihr rede oder wenn sie in meiner Nähe ist und wenn wir irgendwie interagieren, bekomme ich mega viel Energie und ich fühle mich jetzt richtig gut. Ich bin dankbar dafür, dass ich dieses außergewöhnliche Leben führen darf. Es ist absolut genial. Ich freue mich riesig auf morgen. Und dieses Level Up Your Life wird unglaublich gerockt. Unglaublich gerockt. Ich werde euch mitnehmen. Ich werde euch mitnehmen auf eine sehr, sehr spannende Reise. Es wird eine Achterbahn der Gefühle. Bis morgen. Dankeschön, dass du mit dabei bist. Dankeschön für dich in meinem Leben. Samstagmorgen. Die letzte Vorbereitung laufen in 25 Minuten des Einlass. Dann geht es hier richtig los. Da wird gerade das Intro abgespielt. Dame macht sich gleich ready. Ich komme dann mit hinter die Bühne. Und dann geht es los. Ich bin mega gespannt, was heute passiert. Vor ein Traum. Das wird richtig geil. Wie geht's dir das erste Mal? Ich habe 25 Minuten vor dem Einlass. Ich bin unter Strom. Wir müssen noch einige Sachen ändern und das ist wie immer sehr knapp. Ich bin unter Strom. Ich bin unter Strom. Ich bin mega aufgeregt. Ich bin mega aufgeregt. Ich auch. Die Stimmung steigt. Die Musik geht gerade an. Oh, du schüttest. Man, wie pumpt das Herz mittlerweile. Ich habe mir pumpt es auch. Aber erstens, du bist seit ein paar Minuten. Seit ein paar Minuten, ja. Ja, ist so cool. Seitdem die Coaches reingekommen sind. Ja. Seitdem die Coaches reingekommen sind. Ja. Das war's. Ich bin mega hier, Junge. Hallo, die Mittagspause ist gerade vorbei, die Leute kommen wieder rein, wow, die heute oder allgemein dieses Wochenende ist die Bude tatsächlich brechend voll, wir hatten noch nie so viele Leute hier in Blaubeuren, die Stimmung ist mega geil, es fühlt sich an, es fühlt sich sehr familiär an, sehr verbunden an und jetzt beginnt das große Event eigentlich, ja, es ist alles war bisher auf Aufwärmung und jetzt, jetzt kommen die magischen Momente. Kurz vor dem Auftritt, unser erster Bandauftritt, ich muss sagen, wir gehen ganz schön in der Kackstift, ja, wie geht's euch? Das wird gar nicht, Leute, wir sind da. Ich glaube, ich rappte auf, alles ist nicht wahr, stand nicht immer, nur der gleiche Trott, die Tag für Tag. Und die Leute, die Geisten haben bei mir nicht länger Platz, ich muss mit Dörgern, ich muss mit Leid, ab heute gebe ich Gas. Ich sage, ich sage, mein Leute, das ist was neu gibt, das ist nicht nur gelabert, ich mach den Unterschied, denn ich will rausgehen und abgehen und nicht nur zurückstehen. Ich zieh mein Ding doch, ich komme zum Besuchungsblähen. Und steh auf, solltest du geh raus, gibst dich nie auf, streitig laut raus, oh, level up your life, level up your life. Mach dich bereit, denn deine Zeit ist rei. Steh auf, solltest du geh raus, gibst dich nie auf, streitig laut raus, oh, level up your life, level up your life. Wagen die Lande, denn das ist ein, das ist rei. Yes! Tag 2 Sonntag! Heute wird ein sehr besonderer Tag, ich liebe den Sonntag immer und gestern sind schon so viele magische Momente entstanden und die Stimmung ist richtig, richtig geil hier. Ich freue mich mega. Hallo, es ist gerade jetzt Sonntag, zweiter Tag des level up your lives. Gestern Abend war unser Auftritt, kurz zuvor habt ihr gesehen, war ich ziemlich nervös, hab mir fast in die Hose gekackt, muss ich sagen. Es war einfach nur richtig geil, es hat mega, mega Spaß gemacht, ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Ich kann nur sagen, es hat mega Spaß gemacht. Und ja, wir haben geil geschlafen. Die Nacht haben wir ein bisschen schon geschnitten. Und jetzt sitzen wir gerade an dem Video, denn das wird eine Überraschung für die Teilnehmer heute Abend. Denn wir schneiden ein kurzes Video von dem Workshop. Ja, und das ist tatsächlich immer wieder eine Herausforderung, das zu machen. Also, es ist jetzt das dritte Level up your life von uns beiden. Und mit der Zeit wird man halt immer strukturierter und immer sicherer in dem, was man macht. Und trotzdem kommen immer Sachen hinzu und Herausforderungen, die man vorher gar nicht so planen kann. Aber umso geiler ist dann der Moment, wenn man das Video fertig hat und die Teilnehmer sich einfach freuen und begeistert sind. Und wieder in diesen Moment eintauchen können, dürfen. Cody, wie läuft es beim Schneiden? Hi! Hi, wie läuft es beim Schneiden? Läuft top, der erste Part ist durch, den hast du schon sehr geil erledigt. Und jetzt erledige ich den zweiten Teil, der ein bisschen emotional ist, wie die geht. Und das Interessante auf jeden Fall zu wissen ist, dass ich nach oben habe und deswegen ein kleines Papier drinstecken habe. Ja, das ist geil. Das ist geil. Geil. Leute, ich stehe gleich unser Video vor. Erste Bahn, ich möchte. Erste Bahn guckt es gerade an. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen nervös. Das war ein unglaublich geiles Event. Morgen, wenn du da bist, in der der reguliertesten Klinik in Deutschland für Depressionen. Ich freue mich. Das, was uns lebendig erscheinen lässt, das, was uns fühlen lässt, wie du ganz sein kannst, wie du jede Zelle deines Daseins wirklich spürst, ist der Ausschlag zur Liebe und der Ausschlag in den Schmerz. Der Ausschlag in das Vertrauen, der Ausschlag in die Enttäuschung. Das ist Leben. Das ist das Leben vollzuleben, es auszukosten. Ich muss, wenn ich einen großen Erfolg will im Leben, muss ich auch bereit sein, ein großes Risiko einzugehen. Strebe doch nicht danach, dass die Ausschläge geringer werden, um Gottes Willen. Strebe danach, mit den noch stärkeren Ausschlägen noch besser umgehen zu lernen. Das ist das Leben. Das ist Energie. Das macht das Leben überhaupt nur lebenswert. Du willst nicht dieses weichgespülte Leben, was da so hinsiegt. Nur um dann irgendwann, wenn du 80, 90 Jahre alt bist, zurückzublicken und zu sagen, ja, hätt ich mal, wär ich mal mutiger gewesen, wär ich mal aufgestanden, wär ich mal für mich eingestanden. Dein Leben ist jetzt. Das heißt, mutig zu sein, rauszugehen, auf die Klappe zu fallen, aufzustehen und zu sagen, jetzt erst recht nochmal. Das heißt, mutig zu sein, rauszugehen, auf die Klappe zu fallen, auf die Klappe zu fallen, auf die Klappe zu fallen, auf die Klappe zu fallen. Ihr Lieben, ihr müsst folgendes wissen, das machen die in einer Nachtschicht. In einer was? Nachtschicht! Damit diese paar Minuten an Bildern entstehen können, verarbeiten die ein gigantisches Videomaterial müssen, das sichten, sehen, vertonen, zusammenschneiden. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und diese magischen Momente so entstehen lasst. Danke, danke, danke. Ihr seid geil. Danke. Richtig geil. Und das Level of your life ist vorbei. Zwei Tage voller Energie, voller magischer Momente, voller Durchbrüche. Das war wieder richtig, richtig geil. Mein Herz pumpt noch, gerade nach dem letzten Abschlussprozess. Der holt nun mal echt alles raus. Dankeschön an jeden Einzelnen, der dieses Video angeguckt hat. Dankeschön an jeden einzelnen Teilnehmer, der beim Level of your life dabei war. Danke an das komplette Team, die diese Veranstaltung möglich machen. Ich bin einfach nur glücklich. Dankeschön, 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 dankeschön. Juhu!